In der Ausgangslage bei einem Budget von 60 Euro hatte sich Sven für 20 Tüten Popcorn und 15 Schokoladenriegel entschieden. Halbiert sich sein Budget bei unveränderten Preisen auf 30 Euro, so kann er sich nun maximal auch nur noch halb so viel an Popcorn oder Schokolade leisten wie zuvor. Statt maximal 40 nur noch 20 Tüten Popcorn und statt maximal 30 nur noch 15 Riegel Schokolade. Svens neue Budgetlinie verläuft entsprechend niedriger. Den Punkt A kann Sven sich nicht mehr leisten. Ihm wird es nun schlechter gehen. Um seinen Nutzen aber trotzdem so hoch wie möglich zu halten, wird er wieder eine Kombination anstreben, bei der seine Grenzrate der Substitution der unveränderten Preisrelation beider Güter entspricht. Dies führt ihn zu dem Tangentialpunkt B und er wird 13 ein Drittel Popcorn-Tüten und 5 Schokoliegel kaufen. In diesem Fall hat Sven normal auf die Einkommenssenkung reagiert. Er konsumiert von beiden Gütern weniger. Er hat allerdings seinen Schokoladenkonsum stärker eingeschränkt als den des Popcorns. Das deutet darauf hin, dass er, wenn er ärmer wird, leichter auf Schokolade als auf Popcorn verzichten kann. Der Grund dafür liegt natürlich in seinen persönlichen Präferenzen. Wie geht das dem Anpassung? Das ist der Grund für den Anpassung. Das ist der Grund für die Einkommenssenkung. Vielen Dank.